Moin! Herzlich Willkommen bei LB-SQ Video mit dem guten Zocker und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich mach die Fackeln, ich mach die Fackeln. Und die Fackeln werden immer gleich aufgehangen. Deswegen. Soweit nicht brauchen wir eine Tür. Aber das sieht schon anders aus. Richtig gesetzt, ja. Und dann brauchen wir natürlich einen Tisch. Und einen Stuh. Ins Gesicht, natürlich. Zocker, stimmt das mit der Symmetrie da alles? Mit dem Fackel? Gut, okay. Ja, guck mal, das sieht schon anders aus. Das sieht echt geil. Das hat der Ingolf mal hier was richtig gemacht, ey. Nice. Aber jetzt, ich kam nie, ich persönlich kam nie dazu mit anderen Häusern zu arbeiten, weil ich hab nur mit diesem Häusern wie immer gearbeitet. Mhm. Ich kam nie dazu, weil das nicht einfach ist wie in Minecraft, weißt du? Ja. Auch immer so. Linsen? Ja. Ich leih mir mal ein paar Glibber auf. Ja, mach das. Damit ich das mal selber dupen kann, weißt du? Ja, ich hab... Ja, ich hab... Ja, ich hab extra 9000 reingepackt. Ja. Wenn du 50 oder 60 oder so genommen hast du. Komm mal, ich helf dir. Ja, da halten ich für die eigenen Schwerde wen halten. Für mich cool, ja. so ok war meine finger ja habe ich gehört wir machen pro holz zwei ebenen ja zwei holz weiter von ja wenn wir unendlich heute haben dann kann ich ja die fackeln aussuchen ich mach die fackel aufgabe wir brauchen natürlich eine bestimmte menge an holz und dann können wir das verunendlich aber ich finde die heute blöcke wegen von den anderen aber die wände und ich will gerade ich habe hier überschnitten hier fehlt noch ein holzdinger ok so stimmt symmetrisch guck mal du bist da der experte sieht symmetrisch aus na ja warte ich fahre warte mal ach so du guckst was nach ich dachte gerade ja da oben ich dachte meins da oben nicht symmetrisch nein ich gucke gerade ist mir verarscht du kack schleim ach cool jawohl glipper schön 1 2 3 4 5 4 5 5 1 2 3 4 5 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 6 6 7 7 7 8 jetzt bin ich gespannt was er vorhat äh wie müssen die light ja alle oben abbrechen Oh oh, jetzt bin ich gespannt, was er vor hat. Ich wusste nicht, dass wir er quittiert. Ich bin gespannt, eh. Lass mich jetzt überraschen. Platziert werden ist gut. Aber wo kann man die denn platzieren? Wieso, was ist denn das, was du platzieren willst? Oh, ne Kerze, deswegen. Bestimmt auf Tisch oder so, oder auf Boden, ne? Wenn das nur ne Kerze... Okay, dann habe ich das falsche hergestellt. Warte mal. Man kann ja noch... Palmholz... Palmholz landen. Na gut, na gut, Kerzen fliegen auch nicht. Okay, dann... Kerzen müssen auf Boden stehen. Dann geht der Highlight eigentlich. Soll ich Fackeln wieder platzieren, oder? Ja. Okay, das kann ich gerne machen. So... So wie ich dachte, aber leider nicht. Ja, das ist gut. Dinge, die man testen sollte, ne? Oh, geil, scheiße. Der ist falsch passiert. Ja, du bist triggert, ich weiß. Du bist hardcore triggert, ich weiß, Kollege. Ich geh mal im Dschungel und hol' mich mal von da Holz, weißt du. Jo, 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 jo. Meine Dach können wir auch gebrochen, deswegen. Jo, mach doch, Digga, ne? Natürlich ein gefährlicher Ort, aber... Ich geh auch gleich nochmal auf ne kleine Tour. Oh, da kommt jemand! Hallo! Hallo! Grüß dich mal! Ja, der sprengt meiste. Der sprengt meiste. Der sprengt meiste. Dynamitbombe! Und... Ab... Ja, die... Die Dynamit braucht mir dann nicht mehr kaufen, sondern... Können wir dann, wenn wir genug haben, davon einfach dupen, und dann haben wir unendlich davon. Jo, ich geh mal auf Erkundungstour, 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 ich geh. Ja, aber nach links geht's ja nicht, ne? Geh in deine Richtung weiter. Ja, ist wirklich ne schöne alte... Originale, finde ich. Ja, ich weiß, ich muss ja immer gucken, nur wegen Festplatte. Ja, ja, alles gut. Du, zack! Alter, wie viel... Ich krieg hier grad Fettbesuch, weißt du? Mhm. So, Bambus. Äh, Bambus. Wir brauchen 180 Hilfe. Wie viel? 100? Mach mal hier links bisschen da, komm. Mal hier bisschen reingraben. Mal hier bisschen reingraben. Hihihi. Tschüss, Glibber. Hihihi. Hihihi. Der jumpst ja einfach nach Nirvana runter. Gut. Da reicht Bambus. Weil ich natürlich mitnehme. Wie viel hab ich jetzt? Okay, davon hab ich genug. Scheiße. Aua. Scheiße Aua. Hüpfer Hund. Geil. Cool. Was? 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 Wie, was? Achso, ich dachte, ich hab was anderes verstanden. Okay. Hab Papageilgewehr. Geilgewehr. Ich hab was anderes verstanden. Ja. Wir können eine neue Ebene machen. Geil. Wir können eine neue Ebene machen. Nice. Ah. Nice. Geil mal schnell nach Hause hier. Jo. Ich mach mal eine neue Ebene, ne? Mach das. Ich komm auch gleich zurück. Zwar. Da kann ich wegwerfen. Da kann ich wegwerfen. Da kann ich wegwerfen. Da kann ich wegwerfen. Wir brauchen... Ich krieg immer die falsche Takte. Hörer. Kenne ich irgendwo her. Kommt ein Glibber. Ich seh das doch genau. So, ich komm. Geil. Erstmal ein zu weit geklickt. Wunderbar. Hallo. Guten Tag. Moin. Hab ein bisschen Overkill. Na ja, geil. Overkill? Hast du so viel gekillt schon? Genau. Hast du auch was für mich einmal zum Duplizieren hier? Das, was du hast? Nun. Nach ganzem Holz brauchst du jetzt nicht wirklich duplizieren, weißt du? Okay. Alles klar. Alle klar. Wologen haben wir jetzt, okay? Wo... Jetzt kriegst du das junge Holz. Jetzt wählen wir beide vom ersten Mal das junge Holz weiter. Geil. Was? Wie heißt das? Reiche? Mah... Mahagoni? Mahagoni? Also ne rötliche, ne? Ähm. So leid, rötlicher. Oh. Guck mal. Hehehe. Hehehe. Er kam mir hier einfach reingeflogen und dann hab ich was anderes. Haben wir ein... Haben wir ein... Braucht du einen Fackelisten? Gleich. Äh. Haben wir Lagerfeuer eigentlich? Äh. Ich hab dich schon getubed. Okay. Du brauchst einen Fackelisten? Mhm. Aber ich glaube, dieser Hintergrund ist sogar noch schöner als der untere. Was würdest du sagen? Hm. Wirkt sehr dunkel so ohne Fackeln, würde ich sagen. Ja. Aber das macht Sinn. Äh. Vielleicht. Und wir brauchen zwei Tische. Zwei Stühle. Und zwei... Stimm's mit der Fackel? Ja. Ja. Dann kann ich ja oben gleich ein Bild eröffnen. Hübsch Schmetterling. Hehehe. Ich bin eiskalt. Tut mir leid. Grip tier. Wir machen wie... Wie... Wie gewohnt sind jetzt wieder auf eine zweite Ebene. Alter, es wird wieder ein neues World Trade Center hier wieder gespielt. So wie wir das schon mal bei der anderen Dings hatten. Nur dachte ich will ihn nicht schöner als Video da ist. Ja, das stimmt. Mit verschiedenen Holzarten, weißt du? Jopp. Vorne, es gibt ja verschiedene Steinarten, glaube ich, oder? Wie weit da nebenher? Ja, doch auch. Aber die Steinblockdinger sind ja die Standarddinger. Ja, ja. Geil. Im Weg. Geil. Fuck, hab ich falsch platziert. Wunderbar. Der Tisch vorne finde ich die da unten besser. Ja, stimmt. Wie die Stühle. Ich finde die... Ja, die unteren sind besser. Ja, für mich auch. Oh. Gib mich an... Ah! Stimmt! What? Ah, die wir... Du kennst ja die wir, äh... Wo wir das letzte Mal hatten ja, die wir... Lina in der Welt gehabt, ne? Weil wir das böse. Ja, dieses... Wie hieß das nochmal? Korruption oder so? Genau, Korruption, ja. Ja, davon gibt's ja auch Bäume. So, und jetzt haben wir aber das rote, ne? Ja, jetzt haben wir ja rote eingestellt. Oder dieses rosa, oder was weiß ich. Dann gibt's rote Bäume. Und... Ich glaub, irgendwann in den Gegengang kann man die, glaub ich, sogar noch umwandeln. Ähm, lila. Ja, und dann haben wir... ...nochmal zwei verschiedene. Ey, ganz kurz, die sind mir zu nah. Das... War... Sehr seltsames Gefühl. Ah! Warte! Bevor ich da vergesse. Oh, oh. Bambus kann ich auch noch besser rufen. Geil. Nein. Okay. Warte... Ach, du hast schon viel normaler Heid. Ringe seh' ich gerade auch. Okay. Äh, kannst du die... Äh... Holz klappen? Holz klappen? Was ist damit? Ab, wo ich hier drauf stehe, ab die hier, bis ganz nach oben alle abreifen. Öh, auf beiden Seiten. Auf meine und deine Seite. Ja. Ab, äh... Die hier? Ab da, ja. Darüber lässt sich eine reden, natürlich. Und wie viel sind das immer? Bisschen zwei pro... Also da, wo du stehst, zwei und auf der anderen Seite. Ja. Ja. Das sind dann... Oh. Das sind dann vier, einfach... Acht pro Ebene, ne? Zwei, vier... Ja, acht pro Ebene. Sind 16. Okay. Okay. So. Weit du, warum? Wieso? Was hast du denn vor? Ah! Okay. Oh, Holz. Diese eigenen Klappen. Geil. Okay. Die... Äh... Palmenholzklappe wieder am besten. Sie wieder richtig cool aus. Die Palmenholzklappe, weißt du? So, hab ich gemacht. Danke. Bitte, mach 3,50. Bäh, ich kann nicht springen. Hilfe. Okay, ich finde aber die hier sehen geil aus, die Holzklappenbogen. Ich finde ich quasi hier unten. Nur ein bisschen mehr... Ja, die ist rötlich, ja. Nur ein bisschen mehr... Die wird stelzer da. Und ein bisschen dunkel halt. Ja, die ist dunkel. So von der Wand her, ja. So von der Wand her, finde ich das ja. Aber so von Holzklappen-mäßig mit dem grün irgendwie? Nee. Aber das ist Geschmackssache. Oh, ich ne, ich muss... Äh... Oh, jetzt wird's dunkel. Ja, geil. Ich mach hier 100 Pilze. Ich hab 991. Ich möchte das voll machen. Und dann können wir die Pilze erfahren, Leute. Ich muss geste... Erfahren, erforschen. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was ich jetzt machen soll. Weil ich jetzt so richtig keine Aufgabe hab. Ich kann das Schwert verkaufen, erst mal, was du sagst. Das kann ich machen. Nein, du nicht. Das Schwertficker, was ich dir gegeben hab. Wo kann man's verkaufen? Überall bestimmt, ne? Äh... Händler... Äh... Ja. Da. Da oder so. Oh, ich hab irgend... Ähm... Oh! Ups! Ich hab auch so den Tisch abgebaut! Scheiße! Das wollte ich nicht! Du hast die falsche Tasche geklickt dann! Ja! Mach das mal hier hoch! Ich baue hier einen Tisch wieder hin! Ah! Scheiße! Oh! 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 Oh Gott, ist das teuer! Oh! 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 Ich pack das einfach erstmal in die Kiste und gut es so! Ähm... Ähm... Ich weiß nicht ob wir das brauchen, aber ich nehm trotzdem! Weil du's kannst einfach, genau! Ähm... Mardi... Ich verkauf... den hier! Ah, einfach! So... Inventar, sauber! Ah, ja! Wie heißt das Pilz? Glühender Pilz! Glühender Pilz! Glühender Pilz! Glühender Pilz! Glühender Pilz! Glühender Pilz! An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen des Videos! Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Euer Labi! Auf Wiedersehen! Tschüss!